Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac, Grass of the Lamb. Ja, ich erinnere mich doch gern an unseren letzten Run, ähm, mit unserem Laser of Doom. Hat echt Spaß gemacht. So, und heute möchte ich mit euch mal wieder eine Challenge probieren. Und zwar Challenge Nummer 9, Isaac was good today. Ja, sollten wir diese Challenge heute doch mal schaffen, ähm, ja, würde nur noch The Poorest über sein. Und vor der Challenge, äh, habe ich doch ein bisschen Respekt. So, aber zur Challenge selbst von Isaac was good today. Wir starten hier mit dem Item All Stats up, also hier unserem Heiligenschein. Und mit dem Holy Grail, also dem Heiligen Graal, das uns hier die Flügel verleiht und, ähm, zwei Herzcontainer gibt. So, die nächste Kiste. Und da möchte ich doch mal reingucken. Denn wir kriegen ja nur ein halbes Herz Schaden. Äh, den nehme ich mal mit. A Goopie's Head. Das heißt, wir bekommen hier ein paar Fliegen, die für uns mitkämpfen. Oh, na komm, na komm. Und das Schöne ist, ähm, wir können das Item nach jedem Raum aufladen. Beziehungsweise nach jedem Raum benutzen. Ähm, so, einmal hier hinstellen. Na, kommt, kommt raus. Da, da, da. Na, kommt ein bisschen in die Mitte, bitte. Dankeschön. Oh, der Pushpin. Den nehmen wir doch mal mit. Und ja, äh, das Besondere an dieser Challenge, äh, bei den letzten Challenges hat es ja gereicht, äh, Moms Haar zu besiegen. In dieser Challenge, äh, müssen wir schon bis zu, ähm, Satan durch. Und ja, ob mir das gefallen mag, weiß ich nicht. Wir haben hier zwei Bomben. Ich könnte nochmal kurz nachsehen, ob hier der Geheimraum ist. Dankeschön. Für drei Münzen. Ich weiß nicht, so, so, die letzten Geheimräume, ja. Ja, immer diese drei Münzen, ne, könnten ruhig mal ein bisschen mehr sein. Aber, tja, man kann es eben nicht erzwingen. Der Duke of Lies. Äh, mal sehen, was unsere Fliegen an dem so anrichten, ne. Na, komm. Oh ja. Sieht gut aus. Na, komm. Ja, komm, 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 komm. So. Oh, nein, 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 nein. Könntest du deine Fliegen bitte für dich behalten? So. Und jetzt noch die letzte hier. Oh, und wir bekommen ein Range-Up-Item. Moms Lippenstift. Äh, es gäbe bessere Items. Was ich auf alle Fälle brauchen würde, wäre ein Damage-Up. Brauchen wir auf jeden Fall. Denn der Damage von uns, von uns, äh, äh. Von uns ist dann doch ein bisschen mies. Oh, der war knapp. Na, komm her. So, den blauen Stein hätte ich gerne. Vielleicht ist der kleine Stein mit drin. Nein. Aber ich kriege wenigstens meine Bombe wieder. Komm, Spiel. Sei nicht so geizig und gib mir hier den Small Rock oder irgendwas. Keine Ahnung. Und hier hätten wir einen Arcade. Ähm, nee. Nee, 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 nee. Ähm, einmal hier weiter. Sauber. Da erledigen meine Fliegen den Rest. Ich hasse diese Selbstmord-Bomber. Ich mag sie einfach nicht. Äh, Moment. Hier war noch ein Kackehaufen. Vielleicht ist da Geld drin. Nein. Nein. Wie hätte es denn auch anders sein sollen? So. Äh. Nicht unbedingt Schaden nehmen. Komm, fliegen. Greift an. So ist es schön. Eine Bombe. Unser Kopf ist wieder fertig. Und weiter nach rechts. Sehr schöner Raum. Einmal hier ausmachen. Einmal da ausmachen. Oder so ein Deal mit dem Satan. Wäre es eigentlich auch mit dem Pakt. Oder das Mahl. Oder... Ja, keine Ahnung, ne? So. Ein Rüstungsherz. Und zwei Troll-Bomben. Ähm. Einmal hier durch. Oh, ja. Shop lässt grüßen. So. Das vorher noch ausmachen. Und ich spreng mich hier auch nach draußen. Denn ich möchte nicht noch mehr Rüstungsherzen verlieren. War das eine schon genug? Beziehungsweise ein halbes. Es war ja nur ein halbes. Au. Oh. Okay, da ist das andere halbe gewesen. Aber wie soll es auch anders sein mit diesen Spinnen? Diese unkontrollierbaren Spinnen. Na, komm her. Noch ein Herz. So. Einmal in den Shop. Portable Slot Machine. Dann nehme ich mir doch den Schlüssel mit. Das soll für das Erste reichen. Denn lieber gehe ich noch in einen anderen. Ähm. Haben wir jetzt noch irgendwas? Moment. Wir könnten noch ein ganzes Herz. Wir könnten noch im Arcade ein bisschen spenden. Zwei Herzen. Und was haben wir hier noch? Drei Herzen. Boah. Ein bisschen Kohle und mit viel Glück eventuell noch einen Herzcontainer. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. So. Ach komm. Bis 15 Münzen zocke ich hier mal ein bisschen. Schlüssel. Den nehme ich gerne mit. Ja. Da spenden wir doch gleich wieder. Na komm. Gib mir endlich den, 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 den. Den, den. Das Bloodbag. Vielleicht bekommen wir auch einen Dollar. Zwei Bomben. Na komm. Gib, gib noch ein Herz. Nein. Ein Herz. Schlüssel. Komm schon. Sei nicht so geizig. Oh ja. Noch mehr zocken. So. Einmal hier. Noch ein Schlüssel. Wow. Na komm schon. Gib doch jetzt. Du geiziger Automat. Ich spreng dich in die Luft. Vielleicht nützen die Drohungen ja ein bisschen. Aber ich glaube mal eher nicht. Nein. Noch zwei Münzen. Okay. Noch drei Münzen. Eine Bombe. So. Hier. Kennst du den? Nein. Oh. Wow. Wow. Meine Fliegen. War wieder mal richtig gut. So. Einmal den hier. Für zwei Münzen. Und dann könnte ich ja eventuell, wenn beim Boss noch ein oder zwei Herzen fallen sollten und ich keinen Damage nehme, könnten wir nochmal so ein bisschen am Blutspendeautomat zocken. Auch wenn ich weiß, dass er resettet, aber zumindest die Münzen mitnehmen. Ich bin nochmal gespannt, wen wir hier im Bossraum bekommen. Ah, Widow. Ich hoffe mal, du gibst mir ein Damage-Item oder zumindest einen Satan-Raum. Komm, meine Fliegen. Greift an. Au. Der war fail. Wenn ich überlege, der Damage ist schon mies, wenn ich Widow hier so wenig abziehe. Na klar. Und wie war das mit keinem Damage bekommen? Äh. Au. Ja, Gott. Ja klar. Nehmen wir doch alle Spinnen mit. Warum nicht? So, ein HP-Upgrade. Und weiter geht's. Ich bin ja mal gespannt, ob wir hier doch noch irgendwo ein Damage-Item abgreifen können. Oder vielleicht hier so die Kerze in einem Shop. Wäre auch ein nettes Damage-Item. Und Curse of the Labyrinth. Ein Rüstungsherz nehmen wir mit. Und einmal nach unten. Äh. Fliegen. Ja komm, Fliege. Greif an. Nein. Schlüssel. Ähm. Was haben wir denn hier? So, kein Problem. Auch keins. Aber wenigstens bekommen wir hier ein paar Schlüssel. Nein. Oh, der war knapp. Der war mal richtig knapp. Na, treffe ich den heute auch mal? Wäre ein feiner Zug. Oh, noch ein Rüstungsherz. So, wo ist der Shop? So, kommt mal her hier. Na, komm. Komm, komm, komm. Jetzt du noch. Ja, geh weg von mir. Geh weg. Geh weg. Kusch. Oh, ein halbes Herz. Dankeschön. Schlüssel. So, haben wir in der Kacke noch irgendwas? Nein. Nein. Äh. Oh Gott, da wäre ich doch beinahe reingelaufen. Kommt, meine Fliegen. Oh, wenn ich den dann treffen würde. Wenn ich ihn dann treffen würde. So. Geht doch. Einmal hier nach unten. Äh. Au. Oh, diese Fliegen. Diese Fliegen werden nochmal sowas von mein Tod sein. Bombe. Jawohl. Mitgenommen. Und weiter geht's. Äh, böse Fliegen. Au. Au. Ich sag's. Ey. Was mach ich hier gerade? Wirklich Wahnsinn, was ich hier unnötigen Damage nur von den Fliegen nehme. Ne. Kann's doch echt nicht sein. So, hier, komm mal. Nein. Ach ja. Äh. Bro. So. Einmal nach oben. Nach links und dann nach oben. Ich bräuchte hier mal den Shop. Fistula. Au. Na klar. Explodier und flieg mir genau ins Gesicht. So. Einmal hier. Erstmal um die Köpfe hier kümmern. Nein. Ah, komm. Eine Münze. Ekliger Raum. Ekliger Raum. Aber zumindest weiß ich schon mal, wo der Boss ist. Also irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie nehme ich heute einfach zu viel Damage. So, da war es nur noch der hier. Komm, geh sterben. Dankeschön. Ein Herz. Dann müsste eigentlich der Shop hier irgendwo ganz auf der rechten Seite sein. Denke ich mir jetzt mal so. Ist hier vielleicht der Geheimraum? Nein. So, was haben wir denn hier noch? So, einmal du. Einmal du. Und einmal du. Nein. Da macht sich unser Holy Grail wieder bemerkbar. Der Burnt Penny. Den nehme ich mit. Nein. Oh Gott. Der war knapp. So, und jetzt du noch. Na komm. Na klar. Die Fliege zerschellt an dem Gegner und macht keinen Damage. Nö, ich hätte gerne den Burnt Penny. Komm hoch. Hallo. Nein. Keinen Schaden nehmen. Wenn möglich. Oh ja. Ich möchte gerne wieder den Damage vom letzten Mal haben. Der war schon wirklich gut. Also, ja. Aber diese Kombi ein zweites Mal zu bekommen. Okay. Ich könnte jetzt sagen, ich habe es einmal hier mit Brimstone bekommen. Polyphemus. Und jetzt einmal mit dem Laser. Aber, ja. Ob ich das denn nochmal hinbekomme? Ich weiß es nicht. Nein. Oh, ich bin zu langsam für die Gegner. Komm. Ich stelle mich jetzt hier hin. Oh Mann. Komm. Geh sterben. Geh einfach nur sterben. So. Was haben wir denn hier? Das nehme ich mit. Schlüssel brauchen wir nicht. Und das Herz nehme ich mit. Vielleicht können wir mit dem Book of Revelations dann doch ein bisschen was reißen. Nein. Nein. Au. Oh Gott. Wenn ich denn hier nicht die ganze Zeit so dummen Schaden nehmen würde. Oh, Wahnsinn. Könnte ich mich schon wieder so richtig aufregen. Aber so richtig. Uah. Vor der Spinne habe ich am meisten Respekt. Bleib drüben. Bleib da drüben. Genau. Na komm. Komm her. Komm her. Schlüssel. Na klar. Und dann auch noch so einen Raum. Bäh. Bäh. Oh ja. Klar. Klar. Oh. Ich brauche doch nur ein kleines Polster. Nur ein kleines. Aber das Spiel gönnt es mir nicht. Der Heilpriest ist schon mal kein schlechtes Item. Oh Gott. Äh. Äh. Nein. Nö. Ich hätte gerne meinen Burn Penny. Na komm. Münze. Bombe. Bomben sind immer gut. Kann ich hier mal ein bisschen bearbeiten. Komm. Lass deine Fliegen einfach stecken und hör auf mich an zu husten. Hust einfach wen anderen anders an. Aber nicht mich. Ah. Was soll ich dazu noch sagen. Ich könnte mir hier mit den Räumen ein so schönes Polster aufbauen. Aber nö. Genau das. Genau das meine ich. Ah Gott. So. Jetzt du noch. Einmal nach links. Einmal hier lang. Und ich sehe einen blauen Stein. Bitte lass hier ein Damage Upgrade drin sein. Nur eines. Ich brauche nur eines. Nein. Nein. So. Dann geht es mal weiter nach links. Uah. So. Hier schön in der Ecke stehen bleiben. Wenigstens mal ein Raum, wo ich mich hier ein bisschen verstecken kann. Oh. Komm hoch. So. Jetzt kommst du dran. Dann kommst du dran. Jetzt hier nach unten. Und jetzt du. Schlüssel. Ja. Wenigstens haben wir hier keinen Schlüsselmangel. So. Hier mal wieder ein bisschen verstecken. Vielleicht kann ich mir dann doch ein kleines Polster aufbauen. Wer weiß. Einmal du. Einmal du. Jetzt du. Wenn ich dich denn treffen würde. Okay. Wenn du dich schon so nett vordrängelst. So. Hier rechts waren wir schon. Einmal nach oben. Und dann machen wir das Ganze wieder so. Auch wenn es hier ein bisschen lame ist. Aber. Ne. Ist mir einfach dann doch ein bisschen zu viel Damage. Der da reinkommt. So. Dann diesen Raum hier noch. Und diesmal. Wenn es geht. Keinen Schaden von den Fliegen nehmen. Komm jetzt. Geh sterben. Dankeschön. Dankeschön. Buch ist fertig. Ähm. Nochmal kurz nach dem Geheimraum suchen. Dankeschön. Drei Münzen. Drei Bomben. So. Einmal hier den ausmachen. Und weiter geht's ab zum Boss. Einmal hier nach links. Wir hätten ja zwar auch noch einen Zockerraum. Aber. Wer weiß. Vielleicht kommt ja noch ein Shop. Schlüssel hätten wir ja genug dabei. Aber. Tja. So. Isaac vs. Job. Äh. So. Ich hoffe mal, dass ich den hier. Moment mal. Den könnte ich ja mit ein paar Bomben bearbeiten. Dankeschön. Wir haben ja doch ein paar dabei. So. Erstmal hier um die kümmern. Oh. Oh. Einmal hier vorbei. Oh. Der war knapp. Dankeschön. Na. Schmeckt's. Oh. Hier lang. Einmal hier lang. Friss. Friss und stirb. So. Den Rest mache ich ohne Bomben. Nein. So. Jetzt noch die beiden grünen Knubbel hier beseitigen. Ah. Squeezy. Wenigstens ein Tiers-Up-Item. Zwei Rüstungsherzen. Puh. Ja. Jetzt haben wir dann doch schon ein ganz kleines Polster. Fistula. Ich bin ja mal gespannt. So. Einmal hier. Na komm. Bei dem brauche ich ja auch nicht. The High Priestess einsetze. Ähm. Bringt mal gar nichts. So. Ich verstecke mich hier mal ein bisschen auf dem Stein. Na komm. Komm, 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 komm. Einmal hier. So. Und du auch noch. Oh, verstecken, verstecken, verstecken. Bitte keinen Damage. Muss nicht sein. Sauber. Oh, die Krone. Oh, die Krone. Wir kriegen ganz viele Bomben. Was heißt ganz viele? Drei waren es. So. Was haben wir denn hier? Äh. Ich hätte gern beide Items. Ich hätte wirklich gern beide. Na komm. Wir probieren es einfach. Wir probieren es. Wir haben ja doch noch ein paar Rüstungsherzen. Und vielleicht kriegen wir dann doch noch den einen oder anderen Herzcontainer. Wer weiß. Wir probieren es. Weiter geht's. Oh. Oh Gott. Komm, geh sterben. Geht einfach nur sterben. Oh Gott. Und da muss ich mich auch noch von denen treffen lassen, wo ich hier ein ganzes Herz abgezogen bekomme. The Left Hand. Ach komm. Bomben haben wir zehn Stück. Vielleicht kriegen wir doch noch eine Kiste. Dass wir eine rote draus machen können. Äh. Oh, da ist wieder eine mit Flügel. Ich hab's genau gesehen. Oh, erstmal die hier. Und jetzt noch die beiden. Mal schön vergiftet. So, was kommt als nächstes? Die normalen. Die sind in Ordnung. Die müsste ich hier eigentlich ohne Damage schaffen. So, was kommt? Nein. Nein. Kommt mal her. Au. Oh. Oh. So, mal schön hier vergiften. Nein. Na, mach ich euch eben mit Giftschaden kaputt. Soll mir auch recht sein. Komm, geh endlich drauf. Schlüssel. Einmal nach links. Komm, spinne. Au. Na klar. Na klar. Warum nicht? Weil ich mich ja hier auch wieder selbst in die Ecke katapultieren muss. Naja. Oh, na komm. Jetzt du noch. Na komm. So, einmal nach links. Oh, Greedköpfe. Au. Diese Greedköpfe. Diese Greedköpfe. Wir bräuchten noch irgendwie so ein Item, was unser Buch schneller aufladen lässt. Mein Volt oder hier die Battery. So, ein neues Herz. Wir haben ja die letzten zwei Räume genug verloren. Na klar. Na klar. Oh, na komm, komm. Oh Gott. Zum Glück ist der schon mal weg. Der springende Hüpfer hier. Na komm. Ein bisschen Giftschaden. Du auch noch. Oh. Ohne Damage. Okay, es waren auch nur zwei. Bei vier sieht die Sache dann doch immer ein bisschen anders aus. So, was haben wir denn hier rechts noch? Was für bescheidene Räume. Nein. Na komm. Komm, komm, komm. So, jetzt die Knubbel, bevor hier noch mehr Spinnen kommen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, was haben wir denn hier? Eine goldene Kiste. Äh, eine goldene. Eine rote. Pille. Pille. Tears down. Dankeschön. Oh. Hatte designen müssen. Bad Trip. Sauber. Zwei Pillen. Zwei schlechte Pillen. Oh. Bei sowas könnte ich echt... Oh. Die Krise bekommen. So. Wenigstens gehen die Spinnen jetzt mit einem Schuss kaputt. Schon mal ein kleiner Vorteil. Ich muss mir hier auf alle Fälle noch ein kleines Polster aufbauen. Denn durch den Deal mit dem Teufel, drei Herzen zu verlieren oder drei Herzen herzugeben. Ja. Genau. Au. Au. Jawohl. Da ist mein Vorrat an Rüstungsherzen gleich wieder weg. Ist aber auch ein Raum, wo ich sage, ne. Ne. Muss sowas sein. Was haben wir denn hier drin? Na komm. Drei Münzen spende ich an dir. Einmal. Oh. Der Fischkopf. Und Isaacs Head. Was macht denn hier Isaacs Head? Soll ich den mal mitnehmen? So. Ich nehme den einfach mal mit. Ihr könnt mir bitte mal in die Kommentare schreiben, was dieser Kopf macht. So. Äh. Nein. Komm. Geh sterben. So. Einer weg. Ach hier. Isaacs Head schießt auch. Nicht. Au. Nicht schlecht. Na. Komm her. Und jetzt du noch. Nein. Komm. Hau ab. So. Schlüssel. Auch wenn sie nur ein paar Schüsse sind, aber Damage ist Damage. Einmal. Einmal. Na komm. So. Hier. Spinne. Äh. Der Burnt Penny. Oder ne. Das ist das Bloody Penny. Ne. Ich nehme meinen Isaacs Head mal mit. Sicher ist sicher. Ein bisschen Damage. Äh. Ja. Macht er auch. Und von daher. Vielleicht bringt es uns ja was. Oh. Na komm. Komm. Oh Gott. Der war knapp. Da hätte ich doch beinahe wieder eine ins Kreuz geschossen bekommen. Fünf Münzen können wir mal spenden. Einmal. So hängt man. Bringt uns gar nichts. So. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Shop. Komm. Gib wenigstens ein Rüstungsherr. Nein. So. Da haben wir den Shop. Nein. So. Gleich mal aufgesperrt. Was haben wir denn hier? Super Greed. Na klar. Au. Au. Oh Mann. Ob ich hier auch mal ohne Damage rauskomme. 25 Münzen. Und zwei Herzen. Das heißt. Wenn hier noch ein Arcade kommen sollte. Könnten wir hier noch ein bisschen. So. Aber erstmal nachsehen. Ob ich hier vielleicht noch ein, zwei Rüstungsherzen abgreifen kann. Na komm. Gib mir ein paar. Ich brauche sie ganz dringend. Eine Karte. Da haben wir es doch. So. Was haben wir hier für eine Karte. Oh. Der Hierophant. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Noch ein bisschen weiter spenden. Was ist das denn? Maggie's Face. Und was macht das? Soll ich das jetzt mal mitnehmen? Haben wir letzten Run erst bekommen? Na komm. Ein Rüstungsherz geht noch. Ne. Die mag ich nicht. Na komm. Bis 20 Münzen geht noch. Na komm. Komm. Nichts. Sprengen. Ne Pille. Na. Wieder. Tears down. Klar. Klar. Nehme ich auf alle Fälle. Zuerst mal dich hier gleich töten. Dann euch hier. Na klar. Na klar. Oh Gott. Der war knapp. So. Und jetzt dich Dicken noch. Komm. Geh sterben. Ne Bombe. Haben wir hier vielleicht jetzt noch ein Arcade oder sowas? Wäre ich dem Level sehr dankbar. Oh. Ich habe mich wieder selbst eingesperrt. Und noch mal. Oh Gott. Na klar. Na klar. Warum nicht? Warum nicht? Na klar. Oh.